Moin und Willkommen zurück zu Let's Play Duolingo. Bisschen komischer Name, also komisch das Let's Play zu nennen, aber gut. Ich finde, es bietet sich an. Jedenfalls, beim letzten Mal hatten wir ja diesen Bewertungstest, diesen Einstufungstest, diesen Test halt gemacht, um sich einschätzen zu lassen, wie gut man ist. Den habe ich so oft wiederholt, bis ich keine Leichtsinnsfehler gemacht habe oder ähnliches. Und da hat er uns bewertet als 71%. Fließend in Englisch, also Englischkenntnisse bei 71%. Und ja, das heißt, wenn man sich die Lektion anguckt, sind wir so weit gekommen, also sind wir so weit eingestuft worden. Obwohl wir alles richtig hatten, hatten wir also nicht alles, sozusagen alles durch. Und ja, ich sehe es immer noch so als Testlauf an, weil ich ja Englisch eigentlich schon beherrsche. Und deswegen will ich jetzt mal, nachdem wir ja beim letzten Mal nur den Einführungstest gemacht haben, weil es ja eigentlich noch nicht den eigentlichen Lernprozess darstellt, nachdem wir das ja beim letzten Mal nur gemacht haben, möchte ich diesmal eben so eine Übung ausprobieren. Fangen wir einfach mal mit der ersten an. Und, äh, oha, das ist aber viel. Man kann freitesten. Zu einfach, um Verben mit Partikel-Futur zu überspringen, kannst du einen kurzen Test ablegen. Ah, man kann also da auch was überspringen. Mal gucken, ob wir dazu in der Lage sind. Und, ähm, ich werde schlafen. Okay. Sie wird Salz hinzufügen. She is going, opala, going to add salt. Äh, alle richtigen Übersetzungen markieren. Ich werde eine Mutter sein. I will be a mother, I am going to be a grandmother, I will become a name. Ernsthaft? Moment. So, genau so kann ich das auswählen. Einfach mit der 1 tippen. Ich werde eine Mutter sein. I will be a mother. I am going to be a grandmother, I will become a name. Das sind komplett andere Sachen. Warum sollte ich das auswählen? He is going to swim today. He is going to swim today. I am going to walk to the castle. Ich werde zum, äh, zum Schloss oder zur Burg. Nehmen wir die Burg. Ich werde zur Burg gehen. Ich werde zur Burg gehen. So, oh, Peter, wir werden auch Schloss nehmen können. We are going to discover the problem. We are going to, to discover the, the problem? We are going to discover the problem. We are going to discover the problem. Tomorrow, we are going to go to my sister's house. Tomorrow, we are going to go to, going to go to my sister's house. Nochmal testen. Tomorrow, we are going to go to my sister's house. Okay, war richtig. Alles klar. I am going to tell you everything. Ich werde dir alles erzählen. Werde dir... Obbala. Alles erzählen. Alle richtige... Alle richtige Übersetzung markieren. Ja, ja. Alle richtige Übersetzung. Schon klar. Äh, ich werde die Türen nicht zumachen. I am not going to shut that wallet, that... I am not going to close the door. I will please close the door. Warum sollte ich denn aus Versehen, aufgrund von Nichtwissen, eine andere Sache wählen? Äh, wählen. Es ist doch offensichtlich, dass es komplett andere Sachen sind. Also nicht nur mal ähnliche Sachen oder so. Naja, gut. Ich werde die Tür nicht zumachen. I am not going to close the door. We are going to finish eating. Wir werden... Wir werden... To finish eating. Wir werden... Aufhören zu essen. Wir... Werden... Aufhören... Zu... Essen. Wett. Ach so, jetzt nicht einfach nur aufhören, sondern es stimmt. Ja, wenn man... Finish ist ja zu Ende bringen. Ah, ja, 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 ja. Ich verstehe schon. I am going to open the letter. Äh. Ich... Werde... Den... Brief... Öffnen. Hoffentlich hat das eine Toleranz, sodass das... Dass man trotzdem durchkommt, wenn man... Na gut, da ist ja... Man hat ja drei Leben. Von daher hoffe ich, dass das auch so... So funktioniert. Dass wir auch wirklich... Uns wirklich drei Fehler erlauben können, ohne dass das irgendwelche Konsequenzen hat. Wir werden dein Haus sehen. We are... Going... To... See... Your... House. I am going to wait five more minutes. I am... Going... To... Wait... Wait... Five... More... Minutes. Is he going to help us? Wird... Er... Uns... Helfen. Sie wird mich vergessen. She... She... Is... Going... To... Forget... Forget about me. About me. Sie wird mich vergessen. Jo. Oder einfach nur forget me. Alles klar. I am going to define it. Okay, ich werde es definieren. Oder was? Ich werde es definieren. Gut. You are going to break the window. Ähm... Du... Wirst... Das... Fenster... Beschädigen? Zerschlagen, kaputt machen. Äh... Müsst du das nicht okay sein? Was sagt die Satzdiskussion? Das... Das würde mich gerade interessieren. Kaputt machen ist eher umgangssprache. Zerbrechen ist in der Tat besser. Äh... Was ist wenn zerbrechen? Äh... Zerbrechen? Hm... Ja gut, da geht es überall um brechen. Ja, ja gut. Gut, ich verstehe das schon. Ja, ja, ist okay. They are going to continue walking. They are going to continue going. Ähm... They are going to continue walking. Ach, walking, ja klar. Wie kam ich jetzt auf einmal auf going? Wahrscheinlich going to going. Ja, going to continue going. Das wäre witzig. Äh, ja. Sie werden weiterlaufen. Okay. It is going to... Wort auswählen on Saturday. Kann ich das mit der Tastatur machen? Ich weiß jetzt gerade nicht wie. Ach, hier. Drei Wörter haben wir zu auswählen. It is going to rain on Saturday. So. Ähm... Ja, leider. They are going to offer their house. Okay, sie werden ihr Haus anbieten. Sie werden ihr Haus anbieten. Und das war's. Mal gucken, was passiert. Lektion abgeschlossen. Das heißt, sind wir jetzt damit durch? Okay. Anscheinend. Also, das war dann... Wurde akzeptiert dadurch, dass wir nicht alle Leben aufgebraucht haben. Und wir haben was gewonnen. Wir haben zwei Lingots verdient. Oder Lingots. Ja, wahrscheinlich wegen In-Gott. Lingot. Ja? Wortspiel und so. Ähm... Wer mit... Genau. Und da kann man sich im Laden irgendwas holen dafür. Interessant. Äh... Jetzt kommen wir mal kurz durch. Wir können auch... Genau, ich kann noch mit der Tastatur scrollen. Fällt mir auf. Habe ich noch nie gemacht. Also... Oder hast du noch nie so richtig gemacht. Und damit haben wir das abgeschlossen. Und jetzt geht es weiter mit diesem Punkt Wissenschaft. Scheint das zu sein. Gehen wir mal drauf. Wissensch. Heißt einfach nur Wissensch. Alles klar. Dann unter dem Punkt Wissensch hat man hier die einzelnen Lektionen. Aber man kann ja auch freitesten. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir das diesmal wieder hinkriegen. The laboratory. Das Labor, würde ich sagen. So, das Labor. Richtig. The volume. The volume. The volume. Jo. The unit. I have lost the formula. Ich habe die Formel verloren. Geschwindigkeit übersetzen. Äh... Velocity? Ah, okay. The depth. The depth. The depth. Die Tiefe. Die Tiefe. The addition. The addition. The addition. The addition. Addition oder... Addition. Mit E oder mit A? Die... Ich nehme mal mit A. Add-ish... Addition. Ah, schade. Ich weiß gar nicht, ob das so ein Wort ist. Gerade bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Kam mir so vor, als wäre es ein Wort. The article. The article. Kann man nochmal zurückgehen? Sieht nicht so aus. Ich hätte nicht gerne geguckt, ob es da irgendeine Diskussion dazu gibt. The research. The research. Ah, ja klar. The research. The speed. Äh, ah. The speed. Wahrscheinlich hätten wir das auch. Wäre der Wunsch gewesen, das mit Speed zu übersetzen, statt mit Velocity. Ah, gut. The speed. Und die Geschwindigkeit. Moment. Ohne Vertipper, bitte. Geschwindigkeit. Limit übersetzen. Äh, Grenze, oder? Ernsthaft? Ich soll das mit genau dem selben Wort übersetzen? The distance. Die Entfernung. Die Technik. Die Technik. Die Technik. Die Technik. Die Technik. 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 The physics. Die Physik. The length. Die Länge. Das sind ja eigentlich nur Vokabeln, ne? The technology. Die Technologie. Formel übersetzen. Das ist sogar ein Bild von der Formula One. Interessant. The geography. Die Ge O Gra F Ist die Frage, will das mit F oder mit PH? Ich versuch's mal mit F. Okay. Die Grenze. Da, die Grenze. Äh, the limit. Oder the border. Ich nehm mal mit the limit. Ah, the limit, the border. Was hatte der denn vorhin? Hab ich mich etwa vertippt, oder was? Das ist meine Philosophie. Äh, this is my philosophy. So, haben wir's wieder geschafft, oder wie? Sieht so aus zumindest. Glaube schon. Du hast Wissenschaft gelernt, oder Wissenschaft. Wissensspunkt gelernt. Du hast zwei Lingots verdient. Schön. Und damit hätten wir wieder etwas abgeschlossen. Und da fehlen noch, äh, noch sechs Stück, bis wir die Sprache durch haben. Bin mal gespannt, wie, äh, wie, ob das noch irgendwie schwierig wird, weil bisher hatte ich ja eigentlich alles, war alles einfach, alles keine Probleme. Für mich zumindest, der ja, ja, schon viel Englisch in seinem Leben gelernt hat. Okay, das war dirs, und dann, würde ich sagen, geht's dann weiter mit Vollend-Zuck. Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, war's deine Wahl der Qual, ansonsten gute Reise. Und bis zum nächsten Mal.